Was mich in der Politik gerade am meisten frustriert, die sollten uns doch eigentlich Mut machen, Hoffnung verbreiten, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit und Vorschläge machen, wie die Zukunft wieder besser werden kann, uns davon überzeugen. Stattdessen dreschen sie nur gegenseitig aufeinander ein, machen sich gegenseitig schlecht und irgendwie kümmert sich jeder um sich selbst. So würde doch normalerweise kein Unternehmen Marketing machen, die kämen nie auf die Idee, aber in der Politik, da ist das leider ganz normal. Was frustriert euch am meisten gerade?